Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge mit Pastor Karl Walder, den ich ganz herzlich begrüßen möchte wieder zu dieser Sendung. Er ist der Nationaldirektor der Päpschen und Missionswerke Mission Österreich und er ist Professor für Dogmatik an der Hochschule des Stiftes Eidigenkreuz und deshalb auch gut geeignet wieder für das Thema dieser Sendung. Pater Karl, eine Frage, die Zuschauer immer wieder haben, ist die Frage nach Nahtoderfahrungen. Und ich würde diese Sendung dann mal anders angehen wie andere Sendungen, damit wir nicht einfach nur abstrakt über eine Nahtoderfahrung sprechen. Vorab die Beschreibung einer solchen Nahtoderfahrung, die der katholische Diakon und inzwischen emeritierte Tübinger Religionspädagoge Albert Biesinger hatte, also ein Kollege von ihm. Bei ihm kam es nach einem Routineeingriff offensichtlich zu Komplikationen, schweren Komplikationen und er lag dann mehrere Tage im künstlichen Koma auf der Intensivstation. Es gibt dazu über seine Erlebnisse einen Beitrag, ein Interview auf katholisch.de, auf den ich mich beziehe. Das war, glaube ich, letztes Jahr, kann ich vielleicht nachher nochmal sagen. Also gehen wir mal zunächst mal auf die Erfahrung ein, die er gemacht hat und ich würde gerne mal das vorlesen, was er so wie beschreibt. Die Frage, Herr Biesinger, Sie hatten selbst eine Nahtoderfahrung. Laut Ihren Beschreibungen kam dabei zunächst eine Art Walze auf Sie zu, dann haben Sie eine Stimme gehört und die betrohliche Situation verwandelte sich in reines Glück. Wie hat sich das angefühlt? Und jetzt hören wir mal die Antwort von diesem Diakon und Professor Biesinger. Es war ein Zustand, den ich bis dahin nicht kannte. Ich habe in meinem Leben viele Glückserfahrungen gehabt. Aber ein solches Glück gibt es auf dieser Erde nicht. Ich kann das Gefühl eigentlich nur als Explosion von hellem Glück beschreiben. Die Stimme kannte mich offensichtlich, denn sie sagte zu mir, jetzt ist es soweit, jetzt bist du gleich im Himmel. Darauf hast du doch so oft hingepredigt. Es war nicht meine eigene Stimme. Zu dem Glücksgefühl mischte sich eine große spitzbübische Neugier. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die Grenze noch nicht überschritten. Sonst wäre ich jetzt ja nicht hier. Aber das wollte ich unbedingt. Das hielt eine ganze Weile so an, bis die Stimme sagte, schade um deine Frau. Da brach dieser Bewusstseinszustand ab und ich musste mich zurück in meinen schwerstkranken Körper kämpfen. Also eine Nahtruf, Erfahrung gewissermaßen beschrieben als ein Vorausblick auf den Himmel. Ja, wir haben darüber ja schon gesprochen. Ich bleibe mal beim nüchternen, theologischen, dogmatischen, weil ich ja auch die Vorlesung halte über die sogenannte Eschatologie, über das, was Gott als Letztes für uns bereitet hat, über die letzten Dinge, wie man im Deutschen sagt. Und dieses Eschaton, also dieses Letzte, erreichen wir erst, wenn wir durch die Schwelle des Todes gegangen sind. Wir sprechen hier von Nahtoderfahrungen und wenn man etwas nahe ist, dann ist man zwar nahe, aber man ist noch nicht dort. Also das heißt, diese Erfahrungen, die hier geschildert werden zuhauf, also hier, was der Albert Bissinger hier schildert, ist eine von tausenden solchen Erfahrungen, Erfahrungsberichten, die alle ziemlich ähnlich sind, die von Glücksgefühlen sprechen, von Licht, von Lebenserinnerungen und so weiter. Aber man ist noch nicht drüben gewesen. Ja, man war zwar an der Schwelle, aber man ist noch nicht durchgegangen. Es gibt nur einen Prototokos, einen der Erstgeborenen der Toten ist, das ist Jesus Christus. Es gibt die Heiligen, die uns auch eben jetzt visualisiert oder durch Einsprechungen erscheinen können, Mutter Gottes, andere Heilige auch und so weiter. Also das ist ganz ohne Zweifel. Aber eben jetzt, diese Erfahrungen sind Erfahrungen der Nähe zum Tod, aber sie sind noch nicht ein Zurückgekommen sein aus dem Tod. Das Zweite ist, diese Erfahrung entspricht sehr genau dem, was meine Haushälterin, die Oma Hildegard Winter, die ich in Sulz hatte und die dort im Jahre 1996 gestorben ist, im Haus eben jetzt und die vorher eben einen Herzstilstand hatte und die dann dasselbe geschildert hat, als eine Glückserfahrung, die jede Angst vor dem Tod genommen hatte. Sie war eine gläubige Frau, so sie je eben vorher Angst gehabt hat. Aber ein Licht, eine Freude, ein Glücksgefühl und so weiter. Also das sind Erfahrungen, die diese Menschen eben haben. Das Dritte ist dann eben der Versuch, das Ganze auch medizinisch zu erklären. Die gibt es und das sagen uns die Neurophysiologen, dass es sich hier um eine Explosion eben jetzt von Enzymen, Hormonen und Neuronenschaltungen im Gehirn handeln kann oder handelt und so weiter, die dann diese kognitiven Erfahrungen jetzt eben eines Glücksgefühls und einer, dass auch das Leben Revue basiert und dass man auf einen Punkt zugeht, ein helles Licht und so weiter. Also es gibt den Versuch, das Ganze natürlich zu erklären und deshalb eben auch sind wir als Theologen hier sehr zurückhaltend und sagen, es ist schön, dass es so ist. Es kann einem wirklich die Angst vor dem Sterben nehmen, denn wir wissen ja alle nicht, was da geschieht. Wir haben diese Bilder eben jetzt von Menschen, die in Krankheit leiden und so weiter und so fort. Aber dann eben der Augenblick des Sterbens dürfte offensichtlich, wie soll ich sagen, wenn man das ernst nimmt, anders sein. Also das dürfte wirklich das Erreichen eines Zieles sein und mit diesen Gefühlen des Glückes verboten sein. Ich würde sagen, das dürfen wir positiv nehmen. Wir dürfen es aber nicht nehmen als einen Beweis für das Leben nach dem Tod oder einen Beweis dafür, dass uns im Sterben Christus begegnet. Das kann man nicht auf dieser Ebene beweisen. Dann würden wir uns ausliefern eben jetzt also den rationalistischen Naturwissenschaftlern und Medizinern, die sagen, aber das ist ja nur eben jetzt eine Gehirn, eine Explosion von Neuronenströmen im Hirn oder Ähnliches würde ich das jetzt eben erklären. Also ich würde sagen, wir sollen das positiv nehmen und vielleicht sollte dann die Botschaft sein, die davon ausgeht, die von so einem Bericht, die von Professor Biesinger ausgeht, sollte sein, habe keine Angst vorm Sterben, aber lebe so, dass der Augenblick des Todes dann wirklich ein Hinübergehen in diese Gemeinschaft mit Gott wird. Der muss sich dann zurückkämpfen, schreibt er, in seinen kranken Leib. Ja, und das Eigentliche, was ihm mehr Freude offensichtlich gemacht hätte, wäre dann zu Gott zu kommen. Und ja, also das ist doch eigentlich unsere Lebenshaltung, sollte unsere Lebenshaltung sein, dass wir uns freuen und vorbereiten auf diese Ewigkeit bei Gott. Tatsächlich wurde Biesinger auch gefragt, hat die Nahtoderfahrung ihre Sicht auf das Leben verändert? Lies einfach seine Antwort vor. Auf der spirituellen Seite hat sich bei mir die Angst vor dem Tod, die ich trotz aller Theologie immer noch hintergründig hatte, komplett aufgelöst. Ich habe zwar nach wie vor Respekt vor dem Sterben, je nachdem welche Krankheiten man vielleicht hat, aber ich habe keine Angst mehr vor dem Zustand danach, weil ich ja schon ein Stück weitergehend erlebt habe. Ich sehe mich da als eine Art Grenzgänger. Das hilft mir zum Beispiel auch als Diakon. Heute bin ich froh, diese Nahtoderfahrung gemacht zu haben. Oft stelle ich mir vor dem Einschlafen dieses exklusive Glück vor. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass es gut ist, dass wir diese Erfahrungsberichte haben. Und es gibt auch andere Mittel, möchte ich nur sagen, die einem die Angst vor dem Tod abmildern können, muss ich sagen. Weil es ist total natürlich, dass wir uns vor dem Sterben fürchten. Also ich möchte dir nur sagen, wenn du dir jetzt zuschaust und du bist bläubig und gehst in die Kirche und betest und so weiter, du fürchtest dich trotzdem vor dem Sterben. Das ist völlig normal. Ich habe fromme Mitbrüder, die ihr Leben lang fromm waren, bläubig waren, die den Nazis getrotzt haben und so weiter. Die habe ich dann noch im letzten Augenblick des Lebens wirklich mit Todesangst auch erlebt, aber dann im allerletzten Augenblick des Lebens auch mit einer großen Hingabe und einer großen Gelöstheit jetzt eben hinübergehend. Also wir können uns diese Psychologie nicht selber aussuchen, ob wir jetzt eben gelockert in den Tod gehen. Unser Pater Reinhard zum Beispiel, der in meinen Armen dann gestorben ist, also der ist wie ein Kind, der hat eben jetzt entschlafen und dann gibt es aber auch fromme Leute, die wirklich dann, ja also irgendwie, ja wo es eben anders ist. Also die Todesangst hatte auch Jesus. Jesus hat sich vor dem Sterben gefürchtet, bitte. Seine wahre Menschlichkeit am Ölberg eben jetzt, er schwitzt Blut aus Todesangst. Also die dürfen wir haben. Wir sind damit auch mit unserem Heiland verbunden, der das eben auch durchlitten hat. Aber dann gibt es eben diese Erfahrungsberichte, diese Nahtoderfahrungsberichte von der Oma Hildegard, von Professor Biesinger. Hier in Wien gibt es einen Herrn Aumüller, der darüber geschrieben hat und also viele, viele, die ich kenne auch, wo ich auch einiges gelesen habe, gibt ja auch ganze Bücher darüber, die einem dann auch wieder sagen, ja also der Moment des Sterbens ist nicht so tragisch, aber schau bitte noch einmal, ich bleibe wieder bei meinem Punkt von vor, schau, dass du so lebst, dass dieser Augenblick, vor dem du dich offensichtlich nicht so fürchten musst, wie es unserer psychologischen Natur jetzt eben entspricht, die absündlich beschädigt ist, schau, dass dieser Augenblick dann einmündet, weil du dein ganzes Leben so gelebt hast, einmündet in eine Gemeinschaft mit Gott, der die Liebe ist. Dieser emeritierte Professor Biesinger sagt auch, dass Nahtoderfahrungen nach wie vor ein Thema sind und das wusste ich nicht, ich kenne auch ein paar Leute, die solche Erfahrungen gemacht haben, dass rund fünf Prozent der Bevölkerung solche Bewusstseinserfahrungen machen und wenn ich mit diesen Leuten rede, dann höre ich auch, was es bei ihnen ausgelöst hat, war oft, sie haben keine Angst mehr vor dem Sterben und vor dem Tod, ja. Das habe ich öfters mal so gehört. Biesinger sagt auch darüber, wird viel zu wenig gesprochen in seinem Tabuthema, ich bin leider einer der wenigen Theologen, die das Thema behandeln und öffentlich kommunizieren. Also ich finde das wirklich gut und mutig, aber ich glaube, wenn man sowas erlebt hat, kann man ja gar nicht anders, nicht? Das ist so, wenn du keine Wunder erlebt hast, kannst du ruhig ein rationalistischer Skeptiker gegenüber dem Wunder jetzt eben sein, sobald du selber eines erlebt hast, ist alles ganz anders, nicht? Also das Hauptproblem ja unserer Theologen ist, dass sie offensichtlich diesen Raum des Übernatürlichen zu wenig auch erleben und deshalb, wie soll ich sagen, in einem rationalistischen Skeptizismus dem gegenüber verharren. Mir kann das nicht passieren, weil ich selber so viele Wunder erlebt habe. Nahtoderfahrung habe ich nicht, aber ich möchte etwas anderes noch sagen, was für mich sehr wichtig ist. Es gibt einige Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, dass ich hätte sterben können. Und ich habe auch viele Leute, die ich kenne, die entweder so krank waren oder Unfälle hatten oder in brenzligen Situationen waren und dann jetzt eben durchgekommen sind, überlebt haben und so weiter. Und ich bin sicher, da schauen jetzt auch viele zu, die zwar keine Nahtoderfahrungen hatten, aber in ihrem Leben schon sehr nahe am Tod waren, durch Krankheit, Unfall und so weiter und so fort. Und das ist dann immer, sage ich, eine zweite Chance, das Leben auch bewusster zu leben, weil es schon aus sein könnte, also weil du auch schon nicht mehr sein könntest. Ich hatte kurz nach meiner Priesterweihe mit 27, hatte ich eine Gehirnhautreizung und man hat mich dann auf Gehirntumor untersucht. Ich war einen Monat im Spital und dann hat man mir eben Lymphknoten entnommen und ich habe mich eigentlich schon auf Sterben vorbereitet. Ich dachte, also wenn wir jetzt Gehirntumor oder irgendwas diagnostizieren, naja, also jetzt bin ich schon 33 Jahre spät, das war dann nichts. Aber es ist total gut auch, wenn man das auch wahrnimmt, dass es eigentlich schon eine Gnade Gottes ist, dass wir noch leben. Und wenn man so eine Erfahrung gehabt hat, eine schwere Krankheit, einem Unfall entgegen, einer Unglückssituation, dann sollte man das Leben auch als anders nehmen, das Leben bewusster zu nehmen, weil dann ist es immer auch ein Zeichen, der liebe Gott gibt eine zweite Chance, dass du jetzt ordentlicher lebst, ja, heiliger lebst, weil dein Leben ist begrenzt und das große eigentliche Leben, das ist dein Ziel, auf das hin sollst du zuleben. Dann einfach so, Frage für die Stunde der Seelsorge, sind Nahtoderlebnisse nicht ein sehr gutes Hilfsmittel für den Glauben an das verheißene Leben nach dem Tod? Also ein Hilfsmittel dafür, dass wir uns vor dem Sterben nicht so fürchten, wie es unserer erbsündigen Psychologie entspricht, ja. Also dazu sind sie ein Hilfsmittel, wie gesagt, wenn du von außen, von jemand anderem irgendwas hörst, hat das nie diese Wirkung, wenn es du selbst erfahren hast. Also wenn dir tausend Leute erzählen, dass sie bei diesen Nahtoderfahrungen Glücksgefühle hatten, heißt das nicht, dass du die jetzt eben auch nachvollziehen kannst und dass du dich nicht, wie ich sage, beim realen Sterben fürchtest. Sie sind aber kein Beweis, sie sind kein Hilfsmittel, also die Auferstehung nach dem Tod, das Leben nach dem Tod, können wir nicht beweisen. Das ist eine andere Dimension, das bleibt eben jetzt im Raum des Mysteriums und diese Erfahrungen, die hier sind, sie können uns helfen, die Angst zu relativieren, die wir haben, aber sie sind theologisch kein Hilfsmittel, um eben jetzt das ewige Leben, das uns als großes ewiges Glück verheißen ist, gleichsam zu beweisen. Also in diesem Sinne müssen wir Theologen das ein bisschen relativieren. Der Diakon und emeritierte Professor Biesinger, der selber eine Nahtoderfahrung gemacht hat, gibt zu bedenken, Nahtoderfahrungen gibt es in allen Kulturen und Religionen und auch bei Menschen, die nicht religiös sind. Die Erfahrungen können inhaltlich dabei sehr verschieden sein. Das Bild von einem hellen Licht legt natürlich einen Zusammenhang mit der christlichen Sozialisation nahe. Da ist die Lichtmütter voriges ja sehr präsent, etwa bei Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Also ich würde sagen... Wenn es in den kulturkreis, christlichen Kulturkreis fällt, interpretiert man es so. Das ist praktisch eine Aussage. Genau. Also im Tod, so ist der Glaube der Kirche, werden wir alle Christus begegnen. Also wir begegnen ihm, der Mensch geworden ist, der unser Menschsein geteilt hat, der es über Leid, Tod und Auferstehung in die Verklärung, in die Dreifaltigkeit getragen hat. Wir begegnen ihm, dem Erlöser, der die Liebe in Person, in der Ausdrucksgestalt des Menschlichen ist. Und wir werden dann eben jetzt die Erfahrung haben, auch unserer Defizite, das ist die Läuterung, das ist die Reinigung, das Purgatorium, das Gefegtwerden jetzt eben, das Abgekratztwerden, abgeschafft vom Bösen. Wir nennen das Fegefeuer. Also es ist eine personelle Begegnung, die uns dort geschenkt wird. Und ich würde sagen, ich finde es einfach schön, und ich glaube, der Professor Biesinger auch, dass das, was er erlebt hat, hier jetzt an Licht und an Helle, an Glücksgefühl, dass das unserer theologischen Vorstellung, die wir aus anderen Quellen gewinnen, nicht eben jetzt aus der experimentellen Erfahrung von Nahtoderlebnissen, sondern aus dem Glauben heraus, aus der Offenbarung Gottes, aus der Bibel, dass das beides sich nicht widerspricht. Aber wie gesagt, das eine ist nicht Beweis für das andere. Was er auch sagt, Biesinger ist gleichzeitig, oder schreibt, schreibt, er schreibt, gleichzeitig muss man aber klar sagen, dass eine Nahtoderfahrung kein Gottesbeweis ist. Und auch kein Beweis dafür, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Ich würde nicht beanspruchen, dass ich die Stimme Gottes gehört habe. Aber solche Erlebnisse sind ein Hinweis, dass es ein Bewusstsein gibt, das mehr ist als unser Körper. Also da sagt er genau das, was ich gesagt habe. Das kann ich einfach unkommentiert so stehen lassen. Das ist eben jetzt die Position, die wir in einer nüchternen Theologie, also selbst er, der es erlebt hat, die wir einfach haben müssen, weil eben das, was wir glauben, eine andere Dimension ist, als das, was wir irgendwie jetzt eben hier bei psychologischen Erfahrungen jetzt eben im Sterben haben können. Das ist etwas ganz anderes. Also aus dem Boot zu steigen, wie Jesus damals den Petrus eingeladen hat, aus dem Boot zu steigen und über das Wasser zu gehen, im Glauben jetzt eben, dass dieses Leben nicht im Nichts endet, dass wir nicht bloß ein materielles Etwas sind, das dann wieder zu Sternenstaub zerfällt, sondern dass wir ein Meer sind, ein Plus, das berufen ist, eine ewige Gemeinschaft mit Gott, der das Leben, das Licht, das Glück, die Freude ist, das ist etwas, das kannst du nur im Glauben erreichen und nicht eben jetzt durch solche Erfahrungen. Er wurde dann danach gefragt, dass er ja das Gefühl hatte, seinen Körper hinter sich zu lassen und er antwortet dann, ja, dieses Glück hatte einen regelrechten Sog, durch den ich nur noch nach vorne orientiert war. Mein Körper war nach massiven Komplikationen, nach einer Routineoperation offensichtlich am Ende und konnte nur durch das künstliche Koma gerettet werden. Ich wollte den Glückszustand unbedingt aufrechterhalten, aber es ging nicht. Seitdem habe ich mich oft dahin zurückgesehen. Jetzt sagt er auch etwas Bemerkenswertes, viele Menschen mit Nahtoderfahrungen brauchen anfangs psychologische Hilfe, weil sie ihr Leben nicht mehr richtig wertschätzen können. Ja, also das habe ich eben auch gehört, da kenne ich auch Leute, weil die Oma Hildegard war es nicht so, die war aber schon kurz vor dem 80er, bis sie das jetzt eben hatte, die hat dann noch zwei Jahre gelebt nachher. Ja, also wir lesen das mit Staunen, dass eben hier man nicht mehr zurück will in das normale Leben, dass die Sehnsucht auf das große Glück dann größer ist und dass man dann Hilfe braucht, dass sich die Seele irgendwie auch weigert, wenn man das jetzt eben so interpretiert, ich mache jetzt mal diesen Schritt, wieder in den Körper zurückzugehen, weil es anders wie schöner wäre. Ja, muss man so stehen lassen, was für mich beachtlich ist, dass er sich in dieser Erfahrung immer als ein Ich wahrnimmt und das entspricht wieder dem Glauben der Kirche, dass die Seele ein personales Etwas ist, das dann eben mit dem Tod in ein Interim bis 1979 die Glaubenskongregation ausdrückt, also in einen Zwischenzustand jetzt eben geht, wo es des Leibes beraubt ist. Und der heilige Thomas von Agbin sagt im 13. Jahrhundert, dass eben die Seele im Verlassen des Leibes, und das ist hier sehr offensichtlich geschildert, also diese, was die Kirche immer gelehrt hat, dass die Seele, also das Ich, das Personhafte, jetzt eben den Leib verlässt, dass sich das als solches auch wahrnimmt in einem Gegenüber zum Leib. Es gibt ja verschiedene Theologien, die in den 80er-Jahren entwickelt worden sind, von der Auferstehung im Tod, die Josef Ratzinger als Platonismus bezeichnet hat, was sie auch in Wirklichkeit sind, weil sie die Leiblichkeit nicht ernst nehmen. Also, dass hier der Leib wirklich etwas ist, das im Gegenüber der Seele existiert, das eine Einheit bildet, die hier offensichtlich aufgelöst wird, deshalb beten wir auch für die armen Seelen. Ich finde es nicht gut, dass man den Begriff Seele aus den Messbüchern getilgt hat, weil es eine Kategorie der Selbstwahrnehmung ist im Gegenüber zum Leib, die wir schon in der griechischen Philosophie und letztlich auch in der Bibel und so weiter jetzt eben haben, und die wirklich offensichtlich hier auch erfahrungspsychologisch gleichsam vorhanden ist, wenn die Seele das Gefühl hat, ich bin hier plötzlich aus dem Leib und jetzt muss ich wieder zurück. Also, da haben wir etwas, was, glaube ich, sehr, auch dem entspricht, was immer biblischer, christlicher Glaube war. Die Medizin geht ja davon aus, dass diese Nahtoderfahrung durch besondere Hirnaktivitäten ausgelöst werden, nur bis am Anfang dieser Sendung schon darauf eingegangen, und die würden es uns Menschen einfach leichter machen, Abschied zu nehmen von diesem Leben. Auch Wiesinger wurde darauf angesprochen, und er sagt, Neurologen vermuten, dass das Gehirn mit dieser Überaktivität auf die Ausnahmesituation reagiert, die Organe und sich selbst nicht mehr richtig steuern zu können. Und offensichtlich nimmt unser Bewusstsein diese Situation als befreiend und beruhigend wahr und verbindet sie mit uns bereits vertrauten Bildern. Und er sagt dazu, ich sehe diese medizinischen Erklärungsversuche nicht im Widerspruch zur Theologischen Beheißung, dass wir über den Tod hinaus bei Gott aufgehoben sind. Genau. Also ich finde, ich muss das lesen von Biesinger, das interessiert mich, weil ich noch nie das Gedanke, ich bin immer dankbar für die Stunde der Seelsäufe, weil du, Thomas, das so gut vorbereitest und ich dann auch jetzt eben Sachen lerne. Aber das interessiert mich total, weil das Thema Eschatologie, also was ist im Tod, was geschieht beim Sterben, was erwartet uns dann, ist ein Thema, das jede und jeden von den acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten betrifft und existenziell mich auch, weil ich auch immer älter werde. Und das interessiert mich einfach auch sehr als Theologie-Professor, was ein anderer Theologie-Professor, der es selbst erlebt hat, darüber jetzt eben schreibt. Wir bekommen tatsächlich auch, wenn wir in einer Stresssituation sind, da werden Endorphine ausgeschüttet, der explodiert das Gehirn, und da nimmst du keinen Schmerz wahr und so weiter. Und der Versuch eben jetzt, der Gehirnforschung, das so zu erklären, der ist wirklich legitim. Wie gesagt, für mich bleibt das das große, bloß und positive stehen, dass hier unglaublich viel eben dem entspricht, was immer christlicher Glaube in diesem Bereich, das letztlich nicht erfassbar und letztlich nicht empirisch auswortbaren der Theologie über das Sterben, über die Trennung von Leib und Seele im Tod und letztlich über das Hinübergehen in ein Gerichtetsein, in ein ewiges Glück ist. Also ich finde es einfach wirklich sehr berührend, dass es hier aus der Wahrnehmung, aus der Erfahrung eben jetzt, Überschneidungen gibt mit dem, was die Theologie aus einer anderen Erkenntnisquelle, nämlich aus der Offenbarung, auch analog jetzt eben behauptet. Also den Beitrag, da müssen Sie einfach katholisch.de eingeben, also die Homepage der Deutschen Wissenschaftskonferenz und dann den Namen Albert Wiesinger, dann kommt es automatisch. Auf KTV läuft jetzt in wenigen Tagen eine Sendung, die ich gemacht habe mit der Schweizer Schiele-Gente-Pirmen-Zurbrägen, mit dem Künstler und Architekten Heinz Juhlen und mit dem Pfarrfiker von Zermatt, Robert Wiel, das ist ein Pastoraltheologe, ist auch ein Kollege von dir, zum Thema betet um eine gute Sterbestunde. Pater Karl, wie betet man um eine gute Sterbestunde? Das möchte ich am Ende dieser Sendung schon nochmal klarlegen. Naja, also ich bete gar nicht so extra drum, sondern das Thema manchmal auch, wenn ich den Rosenkranz bete, wäre der zweite Teil des Gegrüßes heißt es für Maria, immer eine Bitte um das gute Sterben. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Also ich habe 50 Mal den Realismus, wenn ich den Rosenkranz bete, 53 Mal Ave Maria, habe ich das eben drinnen, dass ich um eine gute Sterbestunde bete. Und ja, also ja, also ich würde sagen, wenn man da ein bisschen bewusst mal beim Gegrüßet sei es, der Maria daran denkt, dass es hier um das Eigentliche geht und dass wir auf einen Augenblick alle zugehen, unweigerlich, jeder, jede, ja, auf diesem Planeten, jeder, der jetzt hier zuschaut, wo wir einmal eintreten werden in eine Wirklichkeit, die unfasslich ist, ja, also ich glaube, das sollte man eben nicht ausblenden. es gehört zum guten Leben für das gute Sterben zu beten. Du hast gerade den Zusatz von Alexander, Papst Alexander VI. für das Ave Maria genannt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Psychiater und Bestsellerautor und Kabarettist Manfred Lütz sagt ja, betet das Ave Maria langsam, leiert es nicht so runter, weil gerade in diesem Zusatz kommen die beiden wichtigsten Momente unseres Lebens zur Sprache, nämlich jetzt, wir bitten die Gottesmutter, dass sie uns jetzt hilft, das wichtigste Augenblick, in dem ich jetzt lebe, wie ich mit dir umgehe und du mit mir umgehst, was wir für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer machen und dann, der zweite wichtigste Moment ist die Sterbestunde. Genau. Also, du musst ein bisschen relativieren, wenn man ein einzelnes Ave Maria betet, beim Rosenkranz, entschuldigen wir es unerträglich, weil man zu langsam betet. Wir haben ja gerade, ich habe gerade eine geistliche Übung auch, weil wir haben viele neugetaufte Perser und Perserinnen und bei unserem Legionspräsidium sind jetzt auch neugetaufte, die aber das Deutsche noch nicht so gut beten und jetzt ist der Rosenkranz da so langsam geworden, wo ich das nur aufopfern kann. Also, aber da hat er natürlich Recht, ja, also, dass wir das bewusst einfach beten sollen. Jetzt und in der Stunde unseres Todes, weil wir oft eben das ausblenden, das ist halt ja die große Mode geworden und auch kirchliches Tun läuft ja oft so, also, als wäre es nur die Bewältigung des Irdischen. Nein, es ist die Bewältigung des Irdischen, das ist schon richtig. Ich arbeite ja auch bei den Pepsik-Missionswärten für die Schwächsten, für die Verhungernden, für die Ärmsten und so weiter. Also, dafür sind wir ja da, ganz klar, ja, um auf Erden eben jetzt Gutes zu machen. Aber das Eigentliche, unsere eigentliche Mission, ja, ist dann, dass wir alle gut in die Ewigkeit zu Gott jetzt eben bringen und vor allem, dass wir selbst dort gut ankommen. Deshalb bitte, meine Bitte an alle, dir zugeschaut haben, bitte eben jetzt blendet das nicht aus, habt keine Angst vor dem Tod, aber lebt auch so, dass ihr keine Angst vor dem Tod haben müsst, weil ihr gut lebt, weil ihr mit Gott lebt, weil ihr die Liebe lebt. V. Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch zum Thema Nahtoderfahrung mit dem Zeugnis deines Kollegen Wiesinger. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen. Lasset uns beten, wie der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen. Und auch die Fürschwebe, Gottes Mutter Maria, Frieden für die ganze Welt. Tschüss. Für sich das nah, Tschüss. Für mich ja, es ist alles fantasy.